Liebe YouTube-Freunde, was läuft heute weiter da am Bauhaus? Kürbisfeld, da wir noch keinen Frost hatten, ist es mir möglich, da noch einzelne Kürbis nach Hause zu nehmen. Das war auch einer, der war jetzt immer noch ein bisschen schlecht reif, aber jetzt nehme ich den. Wir brauchen noch Halloween-Kürbis. Diese Woche braucht es noch, nachher ist das Rennen aufgelaufen. Ja, der Bauhaus mit seinem Kürbis-Vollernter. Vorne kommen Halloween-Kürbis rein in den Vollernter. Und hinten momentan Etandesse. Auch auf der Dorfstrasse werden Rüben geführt. Heute ist ein grosser Abfuhrtag in unserer Gegend. Und die Gemeinde planiert unsere Feldwege. Tipptopp! Tipptopp! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020